Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 12. Juni. Heute haben wir dabei Pokémon Go, iCloud, Twitter Developer Lab, Uber Air und LaLiga. Beginnen tun wir mit Pokémon Go. Die haben auch einen speziellen Account für Kinder. Also wenn Kinder Pokémon Go spielen, dann gibt es den Niantic Kids Account. Und wenn sie sich darüber anmelden, dann haben sie weniger Funktionen. Das soll zum Schutz der Kinder sein. Und leider waren dabei auch so Schlüsselfunktionen ausgeblendet, wie Freundschaften schließen und Pokémon tauschen. Und da gibt es jetzt ein Update zu. Und Eltern können dann entsprechend die Funktionen Freunde, Geschenke und Tauschen auch freischalten. Können das auch jederzeit wieder ändern und haben mehr Kontrolle, was ihre Kinder dann mit Pokémon Go so machen. Ja, war eigentlich längst überfällig. Und ja, schöne Sache, finde ich. Nächstes Thema, Apple. Die haben jetzt mit Microsoft zusammen endlich die neue iCloud App für Windows rausgebracht. Ja, iCloud auf Windows ist jetzt verfügbar und man kann dementsprechend da Fotos, Videos, E-Mails, Kalender, Dateien und alles andere aus dem iCloud-Konto nutzen und mit seinem Windows 10 PC darauf zugreifen. Und das Ganze basiert auf der gleichen Files-on-Demand-Funktion wie OneDrive. Das bedeutet, dass die Sachen halt besser synchronisiert werden anscheinend. Probiert es aus, wenn ihr Windows-Nutzer seid und auch iCloud nutzt. Ansonsten ist es wahrscheinlich für euch egal. Twitter. Die haben ja im Mai angekündigt, dass sie die Twitter-Developer-Labs aufmachen oder erstellen. Ein Versuch, wieder mit den Entwicklern ein bisschen enger zusammenzuarbeiten, was ja über die Jahre hinweg eher schlecht als recht lief und sie auch eine relativ große Entwicklergemeinde von vor, weiß ich nicht, zehn Jahren mittlerweile komplett verloren haben. Und diese Twitter-Developer-Labs, die haben jetzt gestartet. Also man kann da jetzt Mitglied werden, mitmachen und bekommt Zugriff auf neue API-Produkte. Und die haben auch, ja, das ist ja sehr technisch, das verstehe ich schon gar nicht, die neuen Twitter-Developer-Endpoint-Released. Das ist einmal get-slash-users und get-slash-tweets. Und damit können Entwickler Tweets und Users mit einer ID aufrufen. Ja, falls ihr Entwickler seid, ist das vielleicht für euch interessant, wenn nicht. Ab zum nächsten Thema. Uber. Die hatten ja Uber Air angekündigt, praktisch halt Uber mit Flugzeugen, Hubschraubern, wo man halt on-demand von A nach B kommt. Ursprünglich sollte das eigentlich in Dubai starten, aber das hat sich geändert, denn Uber hatte einen offenen Call gemacht und hat gesagt, okay, Städte der Welt, wenn ihr interessiert seid und mit uns zusammenarbeiten möchtet, dann meldet euch und, ja, es ist eben nicht Dubai geworden, sondern Melbourne. Und Australien ist generell auch relativ tech-forward, habe ich den Eindruck. Und Melbourne will dann zusammen mit Uber daran arbeiten, denn man muss natürlich auch eine Infrastruktur für sowas schaffen. Fängt ja schon an mit entsprechend mit Landeplätzen, wenn man dann Leute von A nach B in einer großen Stadt bringen möchte. So, für Amerika gilt übrigens immer noch Dallas, Fort Worth und Los Angeles und die Timeline ist immer noch 2023, also ist noch ein bisschen hin. Letzte Nachricht für heute ist ein Fußballthema, hatten wir, glaube ich, auch hier selten. La Liga, das ist die spanische Liga, also praktisch das Äquivalent zur deutschen Bundesliga, die haben jetzt eine Strafe bekommen, weil sie gegen Privacy Law verstoßen haben. Eine Strafe von 250.000 Euro und, ja, worum geht's? Die hatten eine App, die entsprechend halt sehr populär war, von über 4 Millionen Spaniern benutzt wurde, um halt durch Spielergebnisse anzeigen zu lassen. Und was hat die App auch gemacht? Und, ja, dass sowas heutzutage echt passiert, da fasse ich mir an den Kopf. Die App hat heimlich mitgehört und Location-Data gesammelt von den Nutzern. Und worum ging's dabei? La Liga wollte rausfinden, wo die Nutzer sich eventuell Spiele angucken, die illegal gezeigt werden, also ohne Lizenz. Ja, also, finde ich schon extrem krass und ist spannend. Und das Krasseste finde ich auch noch, dass La Liga das jetzt auch nochmal angeht und das nicht akzeptieren will. Obwohl sie ja, wenn das wirklich so offen da liegt, wirklich was falsch gemacht haben. Ja, spannendes Thema, da halte ich auf jeden Fall ein Auge drauf. Und wenn's was Neues gibt, hört das hier bei uns im Geek Talk Daily. Ansonsten war's das für heute. Ich wünsche euch einen guten Mittwoch, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.